So, gut, ähm, okay, gucken wir mal nach, so, was haben wir denn hier, und Raw Chicken, obwohl wir das Hühnchen gekillt haben, kriegen wir nur ein Raw Chicken, irgendwie kacke, aber gut, können wir so lassen, so, wir haben jetzt ein Iron Ingot, bedeutet, wir könnten uns eine dickere Spickhacke machen, könnten wir tun, könnten wir tun, machen wir aber nicht, denn wir brauchen erstmal eine bessere Pickaxe, kann die Stone Pickaxe weg, und vielleicht, vielleicht aber auch nur, können wir weitermachen, okidok, wo ist denn die Höhle, da ist die Höhle, ok, gut, na na na, auf in die Höhle, weiter geht's, dann geht's auch direkt wieder schneller, ne, siehste, siehste, geht direkt schneller voran, als die mit der blöden Holzspitzhacke, da kommt auch schon wieder ein anderes Limestone, ah, da kommen schon die dickeren Schichten runter, also, und es wird auch schon dunkler, also, da darfst du dich nicht von beirren lassen, ich glaube ja sowieso, die Kohle ist noch einen Ticken weiter unten, dass du die nicht mehr so easy peasy finden kannst, dass du dann eher hier so Limestone hast, ob man aufs Limestone Klinkersteine machen kann, hm, wer weiß, das wird man noch sehen, ok, gut, haben wir das, das und das, das und das, Kumamiet, da haben wir schon wieder, Kumamiet, kommt's Miet, ne, ähm, gut, geh weg, ja, genau du, scher dich weg du, oh, Sonne, nein, ich bin zu hell, geh weg, fucking Sonne, gut, ähm, nom 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 nom, wat, 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 wat können wir machen, wat können wir machen, eigentlich bräuchte der mal hier so ne Hose, ne, können wir ne Holzhose machen, geht dat, guck mal, das ist ne Holzhose, geht natürlich nicht, wäre zu lustig gewesen, oder, ne Holzhose, so, zack, äh, weiß Bescheid, ne, ähm, warte mal, wir können Treppen machen, und, glaub ich, geht das, jawoll, so, zack, 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 wir sind, lasse Dinge, zack, 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 ist das hier, Mama zwölf Treppenstufen, du Lappen, ähm, können wir eigentlich hier komplett, ne, ach komm, weißt du was, brauchst du hier nicht, pupp, machst du einfach so einen Treppenaufgang, aber, wenn wir dann schon mal hier sind, und das dann so schön machen wollen, ja, bin ich irgendwie, also, ich sage, keine Ahnung, hm, 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 na, das ist dann, willst du das jetzt so machen, ach komm, weißt du was, einmal, Dentschung, Dentschung, machen wir ja so ne Schaufel, so, machen wir es wenigstens vernünftig, natürlich, extrem kacke, wenn du jetzt nichts siehst, am, abend, da hilft halt nur eins, kann dich in Holz verfeuern, können wir das, können wir das Leim reintun, was wird denn da raus, der Vision Option, okay, er, er, er macht da Rosinen draus, gut, wenn er so lange Rosinen draus macht, soll er das machen, aus Resinen macht er Rosinen, alles klar, weißt du Bescheid, ne, Rosinen wachsen nicht irgendwie, na, nein, nein, das ist ein Bild, was, hast du ja gelesen, Rosinen werden aus Resinen gemacht, huch, hi, so, hm, 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 okay, dann haben wir das da fertig, dann können wir quasi den ganzen Boden, jetzt rausreißen, gut, machen wir das, ja, und wie gesagt, zu diesem Live Let's Play gibt es auch noch ganz andere Sachen auf meinem Channel zu sehen, wie zum Beispiel Smash Bros, und, 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 also einfach mal den kompletten Channel auschecken, wie man so heutzutage so schön sagt, und dementsprechend wird man so das ein oder andere finden, auch Conker's Bad Fur Day, was eins meiner Meisterwerke ist, wie alle so schön sagen, denn bei diesem Spiel habe ich mich mehr als einmal aufgeregt, und es gibt so einige Hommagen an SpongeBob, wie zum Beispiel dieses, ähm, 10 Stunden später, ja, kann man sich so das ein oder andere anschauen, und, 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 da ging der Follow Sound an vom Stream, den ich eigentlich gar nicht anhabe, okay, kann man mal machen, ich weiß aber nicht, weswegen es das macht, so, das ist, das ist, das ist das Mumpitz, was ich da tue, das weiß ich gerade, aber auf jeden Fall vielen Dank, und, ja, gut, machen wir mal weiter im Plan. So, zack, und, zack, so, dann sollten wir erstmal genügend haben an den Steps, so, zack, haben wir die Steps, Steps, nicht hier den Müll, den du verzapfen willst, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du, ne, so, könnte er jetzt mal bitte hell werden, das würde ich so abnormal abfeiern, so, gut, hervorragend. Also, ich muss schon sagen, dass, ja, man könnte sagen, dass Life in the Woods ein Add-on ist, und es einem wirklich erschwert, einige Ressourcen zu finden, und, ja, es macht aber auf jeden Fall jede Menge Spaß, weil es halt nicht so, ja, einfach ist, dass man sagen kann, hey, ich finde jetzt einfach mal alles, ja, denn, oh Gott, ich sehe aber auch gerade gar nichts, und, dementsprechend, muss man da auch mal nachschauen, so, also, wir hatten ja hier Rosinen, ne, kann man das auch wieder einschmelzen, geht das? Nö, geht natürlich nicht, was kann man denn mit dem Rosinen machen, kann man das, kann man das mampfen? So, dann packen wir das da drunter, gut, dann geht das so, hey, hey, zurück, Glück, man muss ja auch ab und an mal auf den Chat eingehen, so, na, wenn der Chat was fragt, und der Chat, der findet auch, dass dieser Stream richtig geil ist, deswegen, wie gesagt, kann man sich das Ganze mal gut reinziehen, so als abendliche Runde, wie ich finde, aber das, was ich finde, ist ja sowieso immer irrelevant, auf eine gewisse Art und Weise, ähm, gut, so, aha, so, dann, 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 dann haben wir den Fußboden auch schon ausgelegt, und, obwohl, hm, gefällt mir das jetzt so, ja oder nein, oder sollte es etwas besser sein, ich weiß es noch nicht, ich würde eigentlich, liebend gern hier so eine Wendetreppe haben, dann würde ich mir, also, guck mal, da ist eh so ein, da ist eh so ein Kackberg, ne, der versperrt mir die Sicht, dann machen wir das mal hier so, weißt du, zack, 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 so, okay, da habe ich jetzt irgendwas aufgesammelt, ich weiß nur nicht, was es war, verdammt, okay, das war schlecht, okay, zack, zack, würdest du bitte, ja, nicht rum baggen, da wäre ich dir, sehr dankbar für, mach mal Tag, nicht deutsch, nope, erstmal nicht, oder kannst du zum Beispiel, einfach so zaubern und sagen, hey, dude, weißt du was, ich mache jetzt mal Tag, guten Tag, funktioniert im realen Leben ja auch nicht, ne, deswegen, wir arbeiten hier streng geheim im Dunkeln, okay, funktioniert nicht, außerdem ist das ja gerade hier so die Herausforderung, die man hat, oh, wie schön, dieser, na, hier so alles, ja, grundsätzlich, könnte man sich das anschaut, wie wunderhübsch das alles ist, wir sind nackig, oh nein, was guckst du mich so an, guck mich an, es wird hell, wenn du mich erblickst, um Gottes Willen, geh weg, geh weg, ach, hervorragend, so, dann können wir ja hier weiterarbeiten, in unserem, wundertollen, Trollenhaus, also manchmal verstehe ich nicht, wieso der hier nichts richtig hinsetzt, und zwar, Hashtag grauenhaft, so, okay, du arbeitest also im Dunkeln, nicht schlecht, da musst du mir auf jeden Fall mal zeigen, beziehungsweise erklären, wie du das anstellst, würde mich sehr interessieren, also, beziehungsweise, wie du das anstellst, dass du im Hellen alles, nein, das ist auch falsch formuliert, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wie du dir Tag und Nacht zauberst, das würde ich gerne mal sehen, wenn du das kannst, dann Hut ab, bist du ein richtiger Magier, dann ziehe ich meinen Hut vor dir, so, zack, da sieht kacke aus, da sieht kacke aus, so, sieh, so, so, so,